Oh, andere Gerüche! Das ist ein Zappermus. Das ist ja noch nicht groß. Ja, die haben sich ganz gut entwickelt. Grün ist unser Rüde. Seid ihr schon Kinder? Ja, gerne. Sehr gerne. Aber ich glaube, die sind gerade erst los. Weil da wäre ich nämlich froh, dass sie auch Kinder lernen können. Ja. Cool.